Besser konnte man es nicht fahren, als ich es gefahren bin. Lacken am Start mal wieder. Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder GTA 5 Custom App zusammen mit Hiro und Tripody. Oh yeah! Und Maurice ist uns hinterher gejoint. Eiskalt. Echt? Der ist drin, oder was? Naja. Blau ist Autohund. Neben dir, T20. Hinter dir. Ach, da. Blau. Aber nicht der Weißblaue, der Blaue. Ja, 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 ja. Die hässliche Farbe gehört dir, sagst du. Ja, der ist echt hässlich. Ich will eine andere Farbe haben. Wow! Nein. Nein. Seid ihr auch zu weit? Nein. Alles wunderbar, Mann. Ja, Fresh, übertreibst. Hast du den Punkt? Nee, ihr? Er muss drehen, er muss echt hundertprozentig drehen. Habt ihr echt den Punkt? Ja, ja, wir haben den beide gekriegt. Ohne Probleme. Ey. Mogis hätte mich fast runtergegeben. Wo geht's dann hin? Wo geht's dann hin? Ich hab, ja, ja, das ist... Ich weiß nur nicht, wo es dann hingeht. Einfach hoch. Sieht man einfach hoch, sagt er. Ja, einfach hoch. Man sieht einfach gar nichts. Das ist das Problem. Es ist einfach nur noch eine blaue Wand, wo man dran längs fährt. Okay. Was, hast du verkackt? Ja, ich hab verkackt. Ganz oben noch. Hab mich überdreht. Oh! Bzw. ich hab was anderes gemacht, aber das sag ich nicht. Okay, da oben ist... Wie war eine Straße? Nein, ich bin zu tief. Genau, das war nämlich auch mein Problem. Einfach viel zu tief abgesprungen. Oh, ich bin auch viel zu tief gequicken. Ich wusste gar nicht, wann das Ende kommt. Das ist das Problem, wo man weiß nicht, wann das Ende kommt. Ey, was geht denn jetzt ab? Mori ist jetzt aber auch, glaube ich, oder? Ja, Mogis hat das First Try. Ja, Mori ist das First Try. Oh Mann, ey. Hat extra gewartet, bis seine Map dran kam, oder was? Ne, ist doch nicht seine. Ne. Oh, was ist das? Shit. Shit, 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 shit. Jetzt hab ich's aber auch. Ich seh gar nix, ne? Ne, das ist das Problem. Oh, das war aber knapp. Ich bin irgendwie blind. Hast du es? Ja, ja. Wolltest du nicht blocken, du Aussie? Ich wollte dich eigentlich runterziehen. Was? Danach kommt nochmal so ein Element. Aber in Rot, davon wird man ja noch blinder. Oh, hier muss man richtig weit. Wie soll man das schaffen? Also gar nicht. Das ist ein langer Sprung, ey. Der ist richtig heftig. Was? Was ist das in Rot? Ja, in Rot, da gibt es richtig Augenkrebs, ey. Oh. Gerade so rein. Alter, fast zu tief. Ich wäre auch fast zu tief gewesen. Hi, Fresh. Hey, Jor. Fahr doch mal. Ja, danke fürs Schieben. Richtig ab, Jorgen. Woher muss man? Gerade aus. Was haben wir hier? Oh, Speed. Bisschen Speed. Komm, Windshot. Ey, wir Windshotten gone. Aber kriegt der nicht. Kriegt der nicht. Ihr wollt mich doch verarschen. Alter, ich heb hier fast ab. Nein, wie flieg ich denn? Hoffentlich vorbei. Boah, fast fliegt er nicht echt. Nein, noch nicht, oder? Er müsste ganz tief sein, Twitter, ey. Ey, ich bin vorbei. Er ist im Wasser gelandet. Ich bin echt vorbeigeflogen. Echt hast du, das ist, lol. Viel Spaß mit dem vierten Platz. Äh, ich kann es gar nicht mehr schaffen von hier. Du kriegst die Speeds ja nicht mehr. Du musst theoretisch zurückfahren, die Speeds halt. Was ist denn das für ein Scheiß, Alter? Ist da eine Rampe noch vorne oder so? Keine Ahnung. Ja, okay, ist das behindert. Ich find das gut, ehrlich gesagt. Oh, was ist das denn? Warum bin ich überhaupt Zweiter gerade? Ey, hier ist auch keine Rampe, nix. Hä, was hat Maurice verkackt? Ich hab den gar nicht gesehen, aber. Ey, ich muss echt zurückfahren. Nein, mit mir nicht. Was ist denn das für ein Scheißpunkt hier? Ich mein's jetzt nicht. Ach, hier. Nein, komm. Blau ist Maurice, oder nicht? Der ist bei mir. Was ist los, Schüppeldi? Ja, irgendwie als Erster. Ja, ich werde auch Erster, weil du den Punkt noch nicht hast. Ja, bin ich zu schnell gewesen, ne? Gibt's doch nicht. Ja, ich bin halt drüber gejumpt, aber ich bin dann zurückgefahren. Ich kam nicht so schnell zurück, ich bin irgendwie in der Pampa gelandet. Der Pro wieder Erster, Freunde. Absolut typisch Pech mal wieder gehabt. Absolut verdient. Maurice, der Wichser, der wollte mich übelst weghauen, ey. Aber du bist gerade Ritter, ne? Ja. Hä, warum? Was hat Maurice nicht geschafft? Den Jump auch, oder was? Ja, der ist auch da unten respawned. Oh, oh. Er war knapp. Ja. Ja, den Punkt kriegst du noch, aber mehr auch nicht. Ei, ei, ei. Wir sehen uns gleich bei der nächsten Map. Bis gleich. So, willkommen zurück. Nächste Map. Wasting Choice. Maurice sind wir wieder losgeworden, er ist nicht ins Ziel gekommen. Ei, ei, ei. Und ich darf trotzdem noch mitfahren. Ist das nicht schön? Und... Und... Müssen wir auch mal ne Regel für einfüllen. Uploadsperre. Uploadsperre. Ein Jahr. Wow, kommt, ihr habt so'n... Oh, man kann sich aussuchen. Wow, er fährt direkt hinter mir. Hallo, ich hab vorher links einschlagen. Wow, was war das? Bist du auch abgehoben? Ja. Direkt so... Wie am Ramm gegangen. Wow. Wie? Sollen wir da echt hoch? Keine Ahnung, ich fahr hier rechts. Ach, dein Ernst? Hey, Junge, dein Ernst. Alter! Du hast mich auch voller drauf gedrückt. Echt? Hast du es dadurch geschafft, oder was? Nein, das ist das. Loll. Frisch! Alles klar. Chill doch mal, Junge. Ja, ja, fahr halt. Gibt's ja extra einen Motorradweg und einen Fahrzeugweg, oder was? Sieht so aus, ja. Stimmt, da stand irgendwie... One for things, two for these. Nein! Aber welcher ist welcher Weg? Das ist jetzt die große Preisfrage. Ja, der ist sicherlich für Fahrzeuge. Oh, fuck! What the fuck? Ich dachte, man muss da drüber jumpen, Mann. Dachte ich auch. Oh nein, oh, come on. In Wasser. Ey, diese Wellen, Mann. Ernst? Er will links lang. Ja, ja. Joke, hast du das gesehen? Ich bin fast gar rechts. Ich weiß. Lass mal hier langfahren, das ist cool. Okay, sonnig. Hallo, aufhören zu rammen. Parkour-Element. Hey, ich romm noch gar nicht. Nee, aber hier. Alter, ich romm doch gar nicht. Ich komm da angejumpen. Ihr Penner. Ey, ich komm da nicht drauf, ne? Da, was kannst du denn? Zeig ich dir kurz, warte. Geh weg. Nein, ich wollte ihn abhängen. Joke, das war was, ne? Ich hatte so eine Angst, dass du mir hinten reinfährst, wenn er einfach wollte schnell machen und hab's verkackt. Da bin ich nicht. Ich hab's. Ja, ja. Äh. Okay. Ah, Fällen, das schafft man nicht. Er nimmt die rechte Seite. Nee, ich wollte die Spank-Ramp nehmen. Linke Seite. Da ist die Ego als erster MC. Ist das schön. Fresh, du bist so ein Penner, Alter. Vielleicht schaffst du's noch, beeil dich. Oh, komm schon. Ich weiß das. Willst du mal zu schnell machen? Wie kommt man hier hoch? Wie kommt man hier hoch? Einfach da mit dem Wheelie hoch. Und dann einfach... Willst du mir hier hochkommen? Ja, jetzt hast du's. Er hat nicht den Parkour genommen. Cheater, cheater. Ich werde nicht ins Ziel kommen. Einfach schön geradeaus gefahren. Also wenn du auch links fährst, kannst du das schaffen. Naja, ist egal. Ich cheat ja nicht. Ich cheat ja nicht. Das Niveau lass ich mich nicht herab. Das sind keine Sheets. Gibt immer zwei Wege. Viele Wege für nach oben. Weißt du, und du hast gerade noch gesagt, komm, lass den fahren. Weißt du? Ja, da wusste ich auch noch nicht, dass ich wahrscheinlich nicht Erster oder Zweiter werde. Ne, 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 ne. Wir sehen uns gleich bei der nächsten Map. Bis gleich. So, willkommen zurück. Nächste Map. Longest Glide Ever von Sommerkind. Danke schon mal dafür. Oh, von Sommerkind. Ja. Schauen wir mal, ne? Longest Glide Ever. Ich erwarte da ein bisschen was. Alter, wie das da hinten schon aussieht. Ja, man kriegt hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Speed. Ach, fuck. Alles klar. Er schubst mich hier lang. Was ist los bei dir? Voll am Pöbel hier. Warum sind die Punkte so behindert? Bin ich gefliegt? Nein, ich bin gefallen. Oh, ich wollte auch nicht drauf. Oh, ich bin ein bisschen mit Stein. Wow. Wow. Oh, fech. Fahr runter. Yay, die Orten. Wollen die beide hier abkürzen, weißt du? Na, Typity ist auch verkackt dadurch. Ja, ich bin auch verkackt. Aber ich habe einen nicht ganz so krassen Takt wie du. Nein. Egal, da komme ich nochmal hoch, oder? Da komme ich nochmal hoch. Hi. Ciao. Ich dachte eigentlich, wir müssen direkt den Jump da nehmen. Ja, dachte ich auch. Toll. Voll Verwirrungstaktik hier, oder was? Hey, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wo man langfangen kann. Welche Fahrt ihr? Links sind beide gefangen. Echt? Ich fahre rechts, deswegen bin ich Erster. Hä? Und dann wieder zurück? Achso, dann... Achso, okay. Eigentlich sollte man einen Jump machen, aber ich habe schon den nächsten Punkt eingesammelt. Ciao, Kakao. Ich fahre auch einfach direkt wieder hoch. Oh, nur Zweiter gerade? Ja, ich bin ein bisschen weiter oben. Jetzt wieder Erster, jetzt Zweiter. Da vorne ist er, oder? Du hast ja die geradere Strecke, das war schon mies. Ciao, Kakao. Jetzt müssen wir wahrscheinlich da hoch. Wo ist Trippity überhaupt hängen geblieben? Ich habe wahrscheinlich einen Jump gemacht. Ich habe den Jump gemacht, ja. Ich bin nie die Maske geblieben. Hallo. Nein. Like a sir. Bist du abgehoben, oder? Ich bin rechts runtergefetzt. Was machst du denn? Egal, ich bin direkt wieder da. Ach, direkt wieder da? Das sind zwei Versuche im Gleit, die ich habe. Bevor du da bist. Jetzt kommt er nämlich schon. Ach, scheiße. Ich fahre erst mal rechts weiter hoch, ey. Ja, Hero, kannst du noch gleiten? Klar, vor allem mit den Boostern, Alter. Richtig easy. Und, wohin geht's? Bis zum Mazeblankhof, oder so? Ne, ne. Noch weiter. Hafen. Hafen? Alles klar. Da hebt er schon ab, Mann. Ich bin schon am Lenken, damit ich gerade bin, ungefähr. Bist du ja übelst weit links. Ja, aber gerade auf das Ding zu. Müssen wir da oben drauf, oder was? Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, müssen wir echt nicht. Aber ich bin hoch genug, theoretisch. Bin auch, ich glaube, ich bin zu hoch. Warum ist die Plattform denn hoch, oder ist die nicht so hoch? Ne, gar nicht, Mann. Ich glaube, du laberst um Scheiße. Ich habe die doch noch nicht gewollt, soll ich das wissen. Wunderbar, der ist die nicht hoch, ey. Von, von wo fliegst du denn überhaupt an, Mann? Ich flieg einfach. Da oben muss doch der Punkt sein, oder nicht? Ich weiß es nicht, wo du denn? Ich weiß es über den Wolfengrenzen zu sein, ne. Doch, ich glaube, da, ich glaube, da ist der Punkt. Ich glaube, da ist der, da vorne, auf dieser Plattform. Ja, ja, ja. Ich sehe keinen Boden mehr. Ich frage mich, wo du bist, Fresh. Ich habe ihn first fly. Nice. Was ist da los? Nein! Was ist verkackt? First fly, ey. Freunde, Freunde, Freunde. Scheiße. Zu weit. Zu weit, okay. Ich bin nicht mal vom Motorrad abgefallen, ne. Also alles perfekt. Geht's nicht, ey. Viel zu weit. Besser geht's eigentlich gar nicht. Nein, nur nochmal. Besser konnte man es nicht fahren, als ich es gefahren bin. Lacka am Start mal wieder. Du hast voll den Bogen geflogen, Mann. Ja, aber absichtlich halt, ne. Warum? Damit ich halt da perfekt reinkomme. Jetzt fliege ich aber genau gerade drauf zu. Ich war viel zu hoch, ey, aber viel zu hoch. Ich war so oft schon über der Wolkendecke und so. Problem ist einfach, dass ich nicht... ...und geschrieben, die ist aber nix für den Stream. So schwer finde ich die Spirale ist, war auch nicht. Oh, come on, jetzt verköp' ich die Spirale an, weil ich sitze kurz für den Stream. Ich mein, fünf Minuten, oder was? Ich wollte den Stream heute länger machen. Ja, noch bin ich nicht im Ziel. Ich muss noch hier das Ding schaffen. Die Spirale, die ist schon ein bisschen schwerer eigentlich. Boah, Alter, ich bin schon wieder so zittrig. Oh, come on, ich schaff' die Spirale immer noch. Wir können noch raufholen, ne? Also, die Spirale muss ich jetzt nicht. Ja, ich muss erst mal diesen Scheißpunkt kriegen. Ey, ernsthaft? Divo ist gestorben. Ich bin voll durchgeflogen. Ich hab den Scheißpunkt nicht gekriegt. Ich bin wieder... Vielleicht nochmal rumlenken. Vielleicht nochmal zurücklenken oder so. Ich sollte aber nicht durchfliegen, ihr sollt reinfliegen. Ich bin voll durchgeballert. Ich dreh einfach noch ne Runde. Ja, ist... Ohne Spaß, ich hab echt noch ne Runde gedreht. Und schaff's vielleicht jetzt auch. Na, du musst einmal Kreisverkehr fahrenheben. Ich bin auf die Plattform aufgekommen, weil... Nö. 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 Du bist gestorben, oder was? Ja, nicht direkt gestorben. Ich bin halt runtergeflogen vom Motorrad. Und dann halt über die Plattform drüber geschlittert und weg. Läuft bei dir? Mhm. Oh nein, das war am letzten. Come on. Okay, dann hätte ich noch andersrum gemusst. Aber am letzten eigentlich. Jetzt gleich wieder ein bisschen höher, meinetwegen. Ich muss einfach tiefer bleiben. Ich muss mir jetzt genau denken, ich darf nicht über die Wolkendecke. Also ich find das Element, wo ich gerade bin, echt schwerer als den Gleih. Ja, fürs Try hast du sie auch gemacht. Ey, ich komm nicht richtig gerade. Oh man, ich bin schon wieder viel zu hoch, Mann. Ja, ich auch. Die Wolken stören voll. Wolken sieht man halt nix. Komm, lande drauf. Nein, komm, Mann. Was ist denn? Da ist die Plattform, ich sehe die Plattform. Joga. Was ist denn da los? Hast du es? Nein. Immer noch nicht. Was ist denn da los? So ein leichtes Element sollte man schon fast falsch machen. Ich klatsche immer in diese schreis Karte da, weißt du, aber. Oh, wohin mit mir? Ey, was ist das hier? Nein, ich drehe mich jetzt. Nicht drehen jetzt, nicht drehen jetzt. Hallo? Was soll das denn? Und ich fliege gerade vorbei, ich bin so ein Idiot. Das war dumm. Wenn wir das immer wieder neu machen, ist das Problem. Das ist das Nervige. Ja, das stundenlang hinfliegen, ey. Ja, weil das hinfliegen ist gar nicht das Schwierige. Sehr simpel, aber. Alles war simpel, ne? Irgendwie da nur Luck gehabt, ja. Ich und Luck? Das sind zwei Fremdworte. Zwei Fremde. Du und Luck. Fresh Fries sind Fremdworte. Nice. So, jetzt. Ich fliege genau gerade drauf. Jetzt komme ich schon wieder ins Schlenkern hier, ey. What the fuck? Wenn man aufhört ein bisschen, dann komme ich auch mal ins Schlenkern. Das ist nicht blöd. Feine Linie, gibt's doch nicht. Und? Noch eine Annäherungsmine vor das Ziel legen? Das geht zum Glück nicht. Da hat er schon geguckt. Ich bin auch mal hingeguckt in der Luft, ey. Ich bin viel zu hoch. Guck mal den Lappen mal zu, wie wir das machen. Yes! Jetzt hab ich's. Passt das, sehr schön. Jetzt Tippe die. Lass mal ein bisschen runterfallen. Huch. Habe ich denn da? Jetzt hast du gelenkt, das ist dann dein Problem. Ja, ist aber egal. Das ist ja wurscht. Ich habe kurz vorher erst mega rübergezogen. Ich war einfach perfekt in die Richtung. Ich stehe da viel zu hoch, ey. Du droppst halt viel zu lang. Ja. Kommt mir jetzt hier noch schwieriges. Aber, könntest du es schaffen? Ja, schaffe ich auch. Er hat den Punkt. Und bleibt sogar auch lebendig wie ich. Easy. Hi. Hi, Hi, Hiro. Hier, ein kleiner Tipp, du musst die Vollgas schaffen. Also nicht Vollgas, alles klar. Oder was? Wo bist denn du gerade? Ne, du bist noch in der Röge. Das musst du nicht Vollgas. Das kannst du ganz so sagen. Du musst Vollgas schaffen, Hiro. Du musst das Vollgas schaffen. Ich bin direkt hinter dir. Der schwere Part kommt erst noch. Komme. Schneller Hiro, schneller. Ach, du Heilige. Oh, ich bin so erleben. Ich auch. Ich habe dich überholt damit sogar. Ich glaube, was ist das drin? Nein, was mache ich hier? Vollhit mit dir, Hiro. Ey, was mache ich denn gerade? Ich weiß es nicht. Scheiße. Aber den nächsten Part müsst ihr gleich Vollspeed nehmen. Anders geht es echt nicht. Ich habe es probiert. Kann man ja nicht einfach. Nein, kann man nicht. Nein, kann man nicht unten langfahren oder was? Ich wollte eigentlich gleiten darüber. Das kann man alles rechnen. Gleiten, ja. Er übertreibt direkt. Alles klar. Alter Verwalter. Kassesspiralen mit Betorrad. Echt? What the fuck? Jego hat nicht mal die erste geschafft. Boah. Wenn man überall so krass, eh komisch lenkt, ey. Ja, Mann. Ohne Scheiße, er lenkt da nur so plötzlich so mega weg. Naja, das ist halt das Problem. Dann werden die noch schmaler. Nein. Echt jetzt? Die werden noch schmaler. Oh, er landet nochmal drauf. Das finde ich lacker. Nein. Jetzt will er es so machen. Ja, ja. Da wollte er cheaten. Nein, ich konnte nicht gegenlenken irgendwie. Äh, ja. Er wollte cheaten, sagt er. Er wollte cheaten. Ja, ja. Also, ich sag mal so, wer es ein Ziel schafft, der wird Zweiter und der andere kommt wahrscheinlich nicht rein. Ach, fuck. Cheat gleich echt die ganzen Scheißspiralen, Mann. Kannst du nicht. Nice. Soll ich dir nochmal zeigen, wie das geht? Er fängt schon an. Zack. Siehste? Easy. Ja, und jetzt die nächsten? Ja, du kannst ein bisschen Anschwung holen hier. Na, ich fahr nochmal. Ach, fahr ich denn da. Ey, ich kann nicht gegenlenken. Das ist auch mein Problem. Das ist nervig. Ja, voll, Mann. Immer ab dieser rot-blauen Scheiße, Mann. Wollt ihr dann auch mal ins Ziel kommen? Ne, haben wir gerade keine Lust dazu. Wir lassen dich gerne warten. Ey, wie der hier fährt, Mann. Das gibt's nicht. Komm. Boah. Du, Peller nach vorne. Wer steht da einfach? Ich muss die nächste schaffen, aber ich glaub, sie schafft das nicht. Bei mir ist er einfach nochmal schmaler. Nein. Ja, cheate mir die Spiele viralen gerade so, wie du es davor hattest. Dann kommen doch die Grünen. Ach du, schadde. Dann kommen doch die Grüne. Die Ego sucht jetzt irgendwelche. Ja, ja. Bouncing-Stellen. Ja, ja. Kennst du mich jetzt auch. Ich sicht schon. Hätt wieder irgendwas gesehen. Ah, schade. Aber das funktioniert, das mach ich jetzt. Richtig aus, wie weißt du? Schön bei der Letzten. Aber Tipe, die ist jetzt gleich am Ziel. Nein. Hast du verkackt? Ist gleich am Ziel. Mhm. Wow. War aber relativ weit. Aber ich guck mir jetzt genau an, was du machst. Nämlich erstmal probieren. Ey, dein Ernst. Wollte ich echt cheaten? Wie arm ist das? Die können es halt einfach. Oh, Junge, war das okay? Tipe, die hat's. Nee, nee. Du musst ja in die Spirale eigentlich reinkommen, aber... Mehr Anschwung hier, man. Und Wheelie, du machst gar kein Wheelie. Klar mach ich die Wheelie. Aber viel zu spät. Alter, ich war doch voll weit. Du musst trotzdem noch ein paar Spiralen schaffen. Warst du nicht sogar drauf eigentlich und bist durchgeflogen? Nein. Da rammt er fast ins Flugzeug rum. Ah, das wird doch nichts. Das war zu wenig, Dieter. Ey, in der Zeit hätte die Locker die vier Spiralen nochmal gekriegt. Ey, schon wieder viel zu weit. Dann fliegt doch nicht so weit, wie wir das. Oh, er respawnt, der Herr. Ja, ich mach's jetzt so. Ich hatte's vor allen Dingen, bis dahin war ich ja schon, wo wir ins Hochschieten wollen. Ja, da war ich schon fünfmal voll. Aber danach halt, das war dann so blöd. Ey, wie der hier runterfährt. Ach komm. Wenn du das machst, mach ich das auch wieder normal. Und der fährt wieder zum Treffen. Wenn du das machst, mach ich das auch wieder nochmal hier und direkt an der Treppe wieder am Start. Nicht gut genug platziert. Ja, ja. Ich fahr jetzt erstmal so, dass ich da perfekt drauf fahren würde. So ungefähr. Ah, zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Oh, ich hätte einfach weitergleiten sollen. Ohne Scheiß. Schade, schade, schade. Schade, schade. Juhu war schon nah dran. Er hätte nur ein Ding noch schaffen müssen. Eine Spirale. Ich musste noch zwei schaffen. Ach komm. Hölle. Willst du jetzt das Schild daneben, oder was? Warum nicht, Alter? Warum nicht? Weil das scheinbar nicht funktioniert. Nee, das funktioniert echt nicht. Außer, als ob man gegen Glas fährt. Und das ist kaputt gegangen. Das steht jetzt nichts mehr vor. Ich stand da irgendwas. Jaja. Wieder Not gegen Elend hier, Freunde. Oh, gerade so kommt er drauf. Ich komm da nie drauf. Ich hätte Anlauf noch geholfen. Hätte ich eigentlich auch, Martin. Nein. Doch. Er ist noch drauf. Lockboy des Jahrhunderts. Oh Mann, oh Mann. Was ist das? Tröpeli, du Opfer. Du Lacka. Ja, ohne Scheiße. Asi erschienen. Beide voll Noobs, weißt du? Ja, ja, ja. Ach, ist das schön. Gucken wir mal, ob Tröpeli ist in der Zeit. Nein, ich war bei der letzten. Ich war in der letzten Spirale und ganz hinten. Da bin ich auf dem Vorderrad abgekommen und runtergepounced. Das ist so gut. Also der Poirot hat es mal wieder allen gezeigt. Ja. Hier auch. Wollte ich mal sagen. Was war es bei deiner Zeit? 14 Minuten oder so? Nee, der wird wahr. Oh, das wäre auch eine Idee gewesen. Wäre lustig gewesen, als es jetzt den Dings bekommen. Oh Mann, oh Mann. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut da bei den anderen beiden vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao, ciao.